Ich bin angetreten als Coach 2017 mit dem Wunsch, diese Welt zu einem besseren Ort zu machen. Heute kann ich sagen, ich habe mir mein Traumbusiness und mein Traumleben erschaffen. Ich bin angekommen, finanziell frei zu leben, glücklich zu sein und Menschenleben zu verändern über meine Arbeit. Heute weiß ich mich, was mich immer weiter angetrieben hat, was mich erfüllt hat, nämlich die Möglichkeit, über finanzielle Mittel noch viel mehr Projekte zu unterstützen, viel mehr Menschen Möglichkeiten zu geben, viel mehr in dieser Welt zu bewirken. Diese Möglichkeit hat aber nicht jeder. Diese Möglichkeiten, sich ein Traumleben aufzubauen, haben nur sehr, sehr wenige Menschen. Und aus diesem Bewusstsein und der Dankbarkeit heraus freue ich mich so unglaublich, dass wir als Team Sternbauer das Handprojekt kennenlernen durften. Ein unfassbar schönes Projekt, wo man als Team Handprothesen baut, die dann an Menschen verschickt werden, an Menschen gegeben werden, die eine Hand verloren haben. Das Handprojekt, das wir gemacht haben, war in seiner Gänze absolut berührend. Wir haben Hände gebaut für Menschen, die wirklich eine Hand brauchten in Entwicklungsländern. Das waren Emotionen, die da hochkamen. Einfach dieses Persönliche, es für diese Menschen zu tun, aber auch als Team, als das so etwas gemeinsam zu erschaffen, gemeinsam zu arbeiten und wirklich einen wertvollen Beitrag zu leisten, einfach wundervoll. Durch unsere Handprothesen leben einige Menschen auf dieser Welt ein menschenwürdigeres Leben und haben mehr Möglichkeiten. Heute geben wir noch mehr zurück. Yeah, so cool! Thank you! Die ganze Zeit so dieses Bewusstsein haben, wir tun hier was gemeinsam, was das Leben von einem anderen Menschen total verändern wird und den einfach total glücklich machen wird, das fand ich schon sehr berührend, muss ich sagen. Das fand ich persönlich so anrührend und so toll, dass wir mit dem, was wir machen, auch wirklich nicht nur unseren Kunden helfen können, sondern auch darüber hinaus, dass wir wirklich einen Impact in der Welt erreichen. Das war wirklich eine ganz besondere Erfahrung, auch die Erfahrung im Team zu machen, gemeinsam so etwas zusammenzubauen, gemeinsam zu arbeiten, auch mal mit den Händen zu arbeiten, was wir ja eigentlich sonst überhaupt nicht machen. Ja, das wird mir in Erinnerung bleiben. Das Handprojekt hat uns so viel gegeben, so viel als Team beeindruckt, so viele freudige Momente geschenkt, dass wir uns entschieden haben, dass dieses Jahr unsere Weihnachtsspende an das Handprojekt geht. Ich freue mich, dich einzuladen und deine Vision wirklich groß werden zu lassen, weil wenn ich das kann, dann kannst du das auch. Und stell dir vor, wir alle würden solche Projekte unterstützen können. In voller Liebe und Dankbarkeit für das Leben, das ich erschaffen habe, für das Leben, das ich heute leben darf, wünsche ich mir und möchte dazu beitragen, dass so viel mehr Menschen wieder zwei Hände haben.